Hello Darkness, my old friend. Ja. Ja, frohes Neues, ihr Lieben. Ja, frohes Neues, ja. Was geht ab im neuen Jahr? Was habt ihr denn Schönes gemacht? Erzählt doch mal. Hoffentlich hattet ihr einen schönen Abend. Seid nicht ausgerutscht. Ha. Vielleicht habt ihr es auch eher gemütlich reingefeiert. Kann ja auch sein. Ja. Keine Macht in Drogen und so. Okay. Was? 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 Was denn? Ja. Hä? Was? Ja, ist richtig. Okay, sie sagt Macht in Drogen. Weiß halt nicht. Hä? Nein? Klapperst du. Okay. Auf jeden Fall. Neues Jahr, neues Glück. Und wir starten direkt mit Tag 63. Ja, juhu. Geiler Scheiß. Meine Muni wird noch fertig. Ja, Wahnsinn, wie lange das dauert. Ist so, ja. Ah, ich wollte noch eine Kiste machen. Ja, was wollte ich denn machen? Wo haben wir denn Nägel? Hehe, rate. Alles klar. So, ich hatte ja jetzt noch Skillpunkte übrig, ne? Ja. Also, ich bin jetzt Erfinder der Robotik und fortgeschrittener Ingenieur. Uh. Mit was machen wir denn weiter? Das ist ja mehr so supportig. Ist ja eigentlich nice. Aber ich... Ich glaube, ich gehe zuerst auf... Achso, ich wollte hier auf Maschinengewehre gehen, gell? Was denn? Wir haben so viel Leben, gell? Ja, Wahnsinn. Hahaha. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja, ja. Ai, ai, ai. Ausdauertraining. Die Ausdauer wiederherstellung beim Sprinten. Naja, ja. Nee. Ja, aber nee. Du kannst dank deiner guten Verfassung viele Dinge essen, die andere töten würden. Ja. Ist ja eigentlich cool. Du kannst auch verrottetes Fleisch und so essen. Okay, das ist jetzt nicht so... So, steht das nicht auf deiner To-Do-Liste oben. Nee, darauf bin ich jetzt nicht so aus, aber... Gewehrt 10 Wärmendämmung gegen Hitze und Kälte. Okay, das ist cool. Das nehme ich einmal. Nee, das nehmen wir nicht. Das nehmen wir noch nicht. Okay, okay. Okay, okay. 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 Ja, dann würde ich behaupten, dass wir hier... Das ist ein Maschinengewehr, was ich habe. Äh, Maschinengewehr, ja. Deine Strategie besteht aus Wilddorf, losballern und hoffen, dass du etwas triffst. Das klingt gut. Verursache 10% mehr Schaden, feiere 5% schneller und lade 10% schneller nach. Das ist noch besser. Verursache 20% mehr Schaden, feiere 10% schneller und lade 15% schneller nach. Das ist gekauft. Ich bin so ein Held. Wieso denn? Ich habe die falsche Kiste gemacht. Ich dachte mir so, hä, die sieht aber komisch aus. Ja, das ist doch... Ich glaube, ich muss als nächstes Standhaftigkeit durchskillen. Ja, mach mal das doch. Alles klar. Oh, ich habe keine Punkte mehr. Das ging ja schnell. Aber ich den Robotik Mist geskillt habe. Also was heißt Mist, es ist bestimmt voll hilfreich. Mhm. Aber bis jetzt sehe ich, da hat noch nicht viel von. Ich habe da vorne jetzt ein Türmchen stehen und ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Aber seine Munition ist fertig. Wenn so ein Ding nicht 30 Klebeband kosten würde, ne? Oh, ich habe ein bisschen was gemacht, tatsächlich. An Klebeband? Ja. Okay. Wie viel denn? Ich glaube, so 50 habe ich jetzt oben in der Kiste. Dann mache ich mir noch ein Türmchen. Ja, mach das. Dafür mache ich ja das Ganze. Ja, dann mache ich das doch. So, 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 so. Das nehme ich raus. Das lasse ich drin. Das brauche ich noch mal. Oh, Gott. Geschütztürm, genau. Also. Oh, ich brauche 40 geschmiedeter Stahl. Ah, ich habe keine... Ach, deswegen habe ich keinen mehr gemacht. Wir haben keine Robotikteile mehr. Also, wir haben noch sieben. Ja, aber es reicht nicht. Spoiler, ich brauche mehr. Hm. Na, gut. Next time. Ja, wird schon. Aber zumindest habe ich jetzt mal ein bisschen Munition für den... Für das Türmchen, was ich schon habe. Mhm. Und ich würde jetzt gerne mal das Gewehr ausprobieren. Das müsste ja jetzt voll fancy Schaden machen. Also, allein durch das, was ich jetzt geskillt habe für das Gewehr... ...müssten ja allein Kopfschüsse mehr Schaden machen. Und das Gewehr an sich... ...ja, auch 20%. Okay. Und es sollte schneller schießen und schneller nachladen. Ich bin gespannt. Ich bin absolut hyped. Wo bist du denn? Ich bin bei meinem Türmchen. Warst du das? Ja. Krass, okay. Sogar mit Laserpointer. Ja, das ist das Türmchen. Guck mal hoch. Ah, da. Guck mal, ich habe hier ein bisschen was für dich. Warte. Jetzt will ich ungern hier loslassen. Ja, warte, dann mache ich Tür zu. Ja, wir müssen uns langsam ein bisschen preparen, gell? Da vorne ist immer noch eine Mauer kaputt. Am Eingang. Neben der Tür. Ach so, ja. Ich habe keinen Asphalt mehr. Sorry. Guck mal hier. Oha. Ja, und 50 habe ich noch auf Tesch. Also 40 machen gerade noch. Ja, okay. Ja, ich habe doch gesagt, ich habe ein bisschen Klebeband und so hergestellt. Ein bisschen. Naja, wir brauchen es doch immer. Und das können wir dann vielleicht auch in die Blutmundkiste mit reinpacken. Da übrigens auch noch einer rumeiert, sehe ich gerade. Und dann, ähm... Oh. Also ich würde da jetzt 10 reinschmeißen. Was? Weil ich hatte noch ein paar auf der Tasche. Ja, ja, mach. Mach, mach. Ja, ich kann nicht erst, wenn du nicht mehr dran willst. Ja, dann gehen wir erst. Oh, noch einen Moment. Okay. So, das muss ich gerade mal gucken. Hä? Wie funktioniert das jetzt? Ah, öffnen. Ah, ja, okay. Dieses Nachladen, gell? Ja. Flonk. Einfach so die, die, die Packung Nägel reingekippt und dann gib ihm. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Brauch mal das. Brauch mal das. Okay, dann hole ich mir schon mal Munition raus. Hast du dir schon Munition genommen? Ich bin relativ gut aufgestellt mit Munition, ja. Alles klar. Dann meine nächste Frage. Ja. Oh. Ja. Wo ist die 9mm, Moni? Wie? Also haben wir dann nur die 150? Willst du ein bisschen noch haben? Vielleicht so 50, dass ich so 100, 100 in die Türme von reinmachen kann? Bitte. Ja, okay. Danke. Das ist ein bisschen mehr, als ich wollte, aber ja. Möchtest du dich beschweren? Übrigens sind in der Werkbank auch nochmal 150 Gewehr Munition drin. Also ich will jetzt nichts sagen, aber ich habe schon fast 600 Schuss einstecken. Gewehr, ja? Ja. Oh, ich brauche. Ja, okay. Ich habe 1331 9mm Schuss. Ja, okay. Schrot habe ich 333. Magnum 485. Dann nehme ich mir doch noch ein bisschen raus, ey. Und Gewehr habe ich 450. Dann nehme ich mir doch noch raus. Ich weiß, ich wollte nett sein und habe extra noch was drin gelassen. Ja, nimm dir. Gepärle den Schmutz. Aber jetzt mal realistisch gesehen brauchen wir wahrscheinlich eh nicht so viel. Ja, und deswegen habe ich ja diese Blutmondkiste da gemacht. Damit man das dann da einfach wieder umstecken kann. Weil ich brauche ja bei weitem an normalen Days keine so viel Muni hier. Das wäre ja Verschwendung. Also Platzverschwendung. Geiles Gefühl, so viel Gewehr Muni. Oh, ich bin ganz hibbelig. Hä? Geiles Gefühl, so viel Gewehr Muni zu haben. Ja. Guck mal, ich weiß nicht, siehst du das? Guck mal. Deine Flammenpfeile. Ja. Siehst du das? Ja. Als würde er so eine leere Dr. Pepperdose oder so reinstopfen. Plonk. Ja, dann kann ich ihn hinstellen. Und davon kann ich zwei aktiv haben. Okay. Oder so. Oder so. Ich lasse den wirklich mal hier oben stehen. Erstens will ich gucken, ob er runterschießt. Zweitens will ich, ähm, wissen, ob er die Vögel abschießt. Was ist denn das da oben? Ach, du hast deine Drohne da oben. Du bist ja Fivehead. Hä? Wo ist denn meine Drohne? Ja, da oben im Turm. Ja. Ja. Beim Sessel. Ich glaub, der hat sich da einfach nur festgeglitscht. Gewitter. Ich dachte, ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Wuh. Bevor ich's wieder vergesst. Nicht teile. Äh, Fallen. Molotow. Genau. Das ist alles mein, das ist hier hin. Dann bräuch ich noch Pillen. Pillen. Hast du Pillen? Ja, ich hab fünf Vitamine. Ach, Schmerzmittel sollte ich mir vielleicht noch ein paar nehmen. So, Verbandskasten, Vitamine, Schmerzmittel. Ne, Kaffee hab ich auf Tasch, gell? Ja. Keine Rest werd ich nicht brauchen. Und Buffs. Äh. Äh. Ja, komm. 45% Fernkampfschaden ist halt doch geil, ne? Hm. So, das, das, das. Was kommt da hin? Oh. Oh. 12 Minuten. Drei Minuten. Fünf Minuten. Also so. Naja, so. Okay. Dann futter ich jetzt. Was? Oh, Hammer. 20 Uhr. Passt ja. Dann futter ich mich jetzt voll und dann würde ich die Fallen schon mal anmachen. Mhm. Wird auch gucken, dass ich gleich nochmal volltank. Tanken. Mal tanken. Einschalten. Ist alles an. Alter, das eine ist ja voll geil, aber das hält einfach nur 45 Sekunden. Was genau? Ist ja blöd. Dieses, äh, Großvaters Mondschein. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, an sich ist es voll gut, aber es hält halt. Ist doch mehr so Nahkampf, oder? Ne. Also ja. Oder ist es so Allrounder? Entschuldigung. Ne, ist es nicht mehr Nahkampf. Ja. Ja. Was du nehmen kannst, ist der Rehcock. Den habe ich einstecken. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich will jetzt ja auch keine, äh, ich will nichts hören, okay? Ach ja, gleich ist es soweit. Jetzt habe ich mein ganzes Futter fast aufgegessen und ich bin einfach immer noch nicht richtig voll. Was ist denn da passiert? Was denn? Da liegen tote Wölfe. Echt jetzt? Warte, warum dreht sich das Ding da unten nicht? Weiß ich nicht. Dreht sich immer noch nicht. Oh nein. Drehen sich beide nicht, gell? Jetzt? Eins? Ne. Warum? Achso, ich bin ja auch dumm gar. Oh mein Gott. Warum ist es hier alles aus? Habe ich die Falle ausgemacht? Ich weiß es nicht. Also die im Flur sind an. Das Licht ist aus. Ja, es ist ja auch noch nicht 22 Uhr. Ich habe es aber auf 21.30 Uhr, nee. Warte auf, was habe ich es denn gestellt? Ab 21 Uhr hast du es gestellt und es ist noch keine 21 Uhr. Aufgeregt. Ich habe es übrigens auf 21 Uhr gestellt. Deswegen ist alles aus. Warte. Warte. Aber hast du gesehen die ganzen toten Wölfe? Es ist alles an. Nee, sorry. Guck doch da unten rechts. Hä? Da in deinem Zaun. Und unten links auch. Oh mein Motorrad liegt da noch. Fug. Im Graben oder was? Ach nee, da. Null. Toll. Siehst du es jetzt, ja? Ja. Ja, die werden mit meinem Zaun gelaufen sein. Ach. Ich habe die gar nicht gedingst. Bist du noch oben? Ja. Kannst du gerade mal bitte den Hebel... Ah, warte. Den kann ich gerade mal den Schalter da im Eck runterlegen? Im Eck? Ah, da. Moment. Meine Drohne hängt davor. Danke. Sag es, wenn ich kann. Ich fülle gerade Munition rein. Toll. Ich bin ja so ein Held. Gib mir Augenkrebs. Kann ich wieder anmachen? Ja. Okay. Oh mein Gott. Es ist halb. Oh, diese Folge wird wieder so unendlich lang. Ich sehe nur... The fuck? Was ist denn das hier für Nebel? Ich sehe ja gar nichts. Oh ja. Nice. Ich sehe ja nicht mal das Haus. Oh ja. Schön. Hä? Hä? Massen? Das... Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Was? Der Nebel. Ja, was willst du denn jetzt machen? Kannst du nichts machen? Husten? Pff. Was macht das? Was? 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 warst du das ja sind dafür traurte also zielhilfe 54 so ein ding und so ein ding noch mal so dann dürfte es ja schon losgehen das gibt es doch nicht alle ist echt runter gefallen nein das ins den springer hochgekommen ich sehe halt nix ja es ist sehr beklemmend gibt es doch nicht immer locker durch die rosa warum haben die das denn so auf mich abgesehen diese scheiß springer der mag ich halte ich gehe mal dahinten hin weil der brutz ist die ganze zeit kannst du mal auf die andere seite gucken ich bin gerade hier hinten beschäftigt da möchte nämlich auch eine durch sie selbst wollte auf mich master we're not alone so aber andere seite ist relativ ruhig ganz guter zaun da hast du wenigstens in etwa ein anhaltspunkt wo du hinschießen musst ja aber ich sag's dir gleich so ein officer wird jetzt echt abfuckt dann siehst du ja gar nicht wenn der von der distanz auf schießt ja wenn das haus einmal grün anmalt ist ja ich gehe mal ein stück wieder hier hinter na komm und nachladen patsch patsch mal mehr schäme ich noch höre ich da ein vogel ich höre nichts krass wie die augen jetzt leuchten ey im nebel ich sehe ja keine augen oh der nebel ist guck mal der ist besser geworden naja dann hast du dich gespielt ja ich auch drohne dankeschön springer springer ja oh der wollte schon ich habe ihn im sprung gecatcht crazy oh ja aber das schneller nachladen merkt man direkt springer alter oh 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 ja was denn da hat er mich erschreckt tatsächlich der springer besser besser als gekillt oder besser als gekillt oder ja muss aber trotzdem nicht sein springer springer achtung ja aber der kommt in deine richtung ja sei dank ja was ist du denn da kollege wir sind wieder im graben unten ja 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 hey level up da hatte ich auch schon eben Glückwunsch danke dir auch was denn zur jahreswende weißt du ja sag mal sag mal kann es sein dass die irgendwie schneller sind als normalen kann sein ja ich treff die nicht wenn die da durchspeedet treff ich die dann du bist äh springer dahinten du bist halt auch ziemlich nah dran weißt du wie ich meine ja findest du oh blut aber die sind wirklich sehr schnell ja sei ja wieder diese nachthemd die war jetzt wirklich sehr schnell ja irgendwie aber nur die frauen kann es sein ja wobei ne äh oh nein mein gewerr ist kaputt echt jetzt ja oh praktisch ja oder wirklich kannst du mal gucken an der tür ja kann ich komm ich hier hin sind o o o o o o o win Der Grüne gibt mir ein bisschen zu denken hier. Ich bin da. Ne, ich schieße von oben, sonst schieße ich da und gehe in den Posten. So wie mein Turm. Mein Turm versucht übrigens runter zu schießen. Ja. Aber er trifft leider den Posten. Oh. Witzigerweise, da wo ich ausgesehen das letzte Mal stand, war echt gut. Herr John. Oh. Was war denn das? Hast du Molly geworfen? Hallo. Okay. Habe ich mir noch extra noch aus der Kiste geholt. Ah, sehr gut. Den hatte ich glaube ich irgendwo gefunden. Ich habe noch ein paar. Master, we are not alone. Aber das sind alles nur so kleine Fische, ne? Noch, ja. Ich gehe mal kurz hinten gucken. Ja. Ich bleibe vorne an der Tür. Na, wo wolltest du denn gerade hin? Also entweder krabbelt er jemanden durch den Graben. Ja, das kann gut möglich sein, ja. Also von hier aus, von diesem, wo deine Sicherung ist, sehe ich tatsächlich nicht viel. Muss ich sagen. Ja, aber ausreichend, oder? Nee, also das Loch ist viel zu klein. Okay. Och, das ist so. Vogel übrigens, by the way. Oh, das sind ein paar mehr. Ich bin kurz ins Loch geflüchtet. Oh. Hä? Gut, alter. Jetzt legen sie aber los. Da blinkt irgendwas. Ey. Hä? Von wo? Oh, hier piept irgendwas. Wie? Wie? Ich glaube, hier ist einer mit einer Bombe irgendwo. Ich sehe keinen. Kannst du es nicht piepsen? Doch, aber ich sehe keinen mit einer Bombe. Oh, hallo Ruggler. Es kann auch sein, dass es die Geschütztürme sind. Okay. Oh, ja. Hast du die Tür? Ja, ja. Ich geh mal wieder hoch. Da ist eine Vogelausschau heute. Ich guck mal hier lang. Ich glaube, jetzt haben sie die Kamera erwischt. Kamera. Na, wo willst du denn hin? Ja, weil sie... Achso, nee. Sie schlägt ja noch Alarm. Also Zielwasser habe ich heute nicht getrunken, du. Wieso? Triffst nichts? Nee. Hä? Ah. Oh, deine eine Stachelfalle vorne ist kaputt und abziehungsweise aus. Ja, die andere dreht noch. Oh, da hinten kommt ein grüner Officer Block, glaube ich. Ja. Kriegst du den? Ähm, Moment. Ich bin noch an der Tür. Na. Boah, der ist aber zäh. Okay. Komm, 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 komm. Dodge. Okay. Ist so schlimm. Einer da platzt. Oh, ein grüner, äh... Hier mit Holzfällerhemd. Uiuiui. Partner, wer bist du denn? Ich glaube, du hast die verlaufen. Dieser Schmutz. Was denn? Dieser Geschützturm. Ich glaube, die haben eine Tür durch. Okay. Na gut, innen die Fallen sind ja an. Oh ja. Wir stehen vorne an der Tür. Boah. Was? Ach, äh, nix. Was? Oh, du hast einen Molly unten an die Tür gebrochen. Officer Verlop. Ein grüner. Ein grüner, hilf mir bitte. Ich brenne. Äh, wieso? Ich trage einfach nicht. Sehr gut. Sehr gut. Ich schätze nochmal auf, oder bleibt er liegen? Er wackelt noch so witzig, gell? Wackelpuddy. Ja, Farbe passt auf. Äh. Durch sind die ja noch nicht, ne? Oh, doch. Ah ja. Gerade in dem Moment. Oh, oh. Ist okay. Moment, ich muss meine, meine Gewehr kurz reparieren. Ich habe kein kurzes Eisenrohr dabei. Okay. Kein Problem. Mach ich einfach. Ja, lass mal mal die Fallen ein bisschen was machen. Aber das ist sehr gut mit den Fallen da. Oh, da ist hier einer durchgebuddelt. Hä, wo? Das siehst du von da auch nicht. Okay, dann frage ich eher, wie? Na, durch die Erde unten durch. Ja, aber da war keine Erde. Das war alles mit Stein und so. Oh, was haben wir denn da? Komm ich so dran? Jo. Ja, wie gesagt, die haben sich da durchgebuddelt. Ist ja wild. Kennst du dieses Spiel, dieses Pinball, glaube ich, hieß das? Ja. So sieht das ein bisschen aus. Oh, da vorne kommt nochmal ein Schwung, aber wir haben es schon drei. In den Popo geschossen. So, da kommt nochmal ein Schwung rein. Siehst du da links unten die Hand? Komm ein Stück hierher. Von links haben die sich reingebuddelt. Ganz, ich glaube, eher am letzten hinten. Hinten links, das allerletzte, dieses Loch. Nice. Und graben ist es für noch ein 2-3, glaube ich. Oh, na toll. Tatsächlich ist meine Gewehrmonie aus. Weißt du, ich kann eh nicht mehr schießen. Nee, ja. Ich habe noch 129 Schuss habe ich noch. Danke. Da muss ich wohl mit der Magnum weitermachen. Kann ich ja auch den mal nehmen. Der habe ich ja ein bisschen. Boah, aber guck mal, da kommt noch welche angerannt. Ja. 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 Was, wie schnell hell ist es jetzt bitte geworden. Oh, Ruckel. Alter. Ui, 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 ui. Ai, 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 ai. I'm so sorry. Ui. Wegen? So, und als es so ruckelt. Ach so. Ich höre noch welche. Aber, ja. Safe wieder unten im Graben. Wahrscheinlich, ja. Aber zumindest nachkommen tun jetzt zumindest mal keine mehr, ne? Nee, sieht man nicht so aus. Okay, hier hinten ist fast unberührt. Naja, hätte ja klappen können. Ah, die sind da rechts auch durch. Können wir mal aufhören? Alter, wie sind denn da drin? Im Graben. Ich brauche mal deine Hilfe. Ja, warte. Ich bin unten. Jetzt sind nämlich die Fallen... Ah, nee. Nur die Äußeren sind jetzt, glaube ich, aus. Seht keiner. Wo schießt du denn runter? Seht keine Gegner. Wir haben auch nicht viel Chance, da rauszukommen. Ja, aber wo denn? Ich sehe nicht mal, wo. Ja, da unten. Da, wo meine Fallen nochmal drin sind. Ach so. So, ich glaube, ich habe sie alle. Ja. Meine Fräsi. So, ich gehe mal Fallen ausmachen. Auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal... Loot einsammeln. Checken. Ja, gut. Bis auf, dass du unser Haus abgefackelt hast. Eigentlich habe ich das nicht abgefackelt, nicht das Haus. Tatsächlich, es fehlen im Prinzip nur die Türen. Ja, gut. Und nächstes Mal ein paar Blöcke, ne? Ja, aber das ist... Gut, deine Elektronik hier draußen. Weiß ich nicht, wie die Weiz überlebt hat. Aber ich denke mal, meine Stachelfallen haben das nochmal gut abgefangen. Ja, ich glaube auch. Sehr interessant. Ja, das muss man alles ein bisschen großzügiger... ...auskleiden. Ja. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist... ...klasse. Ja. Das hat sich... Ja? Ne, ne, das... Oh. Das hat sich so gelohnt. Ah ja, gut. Hier unten haben sie sich halt durchgebuddelt, ne? Guck mal. Hallo? Hallo? Siehst du wahrscheinlich nicht? Hallo? Siehst du mich? Hallo? Ja. So, ich ruckele jetzt bloß nicht, wenn ich hier rummeiern bin. Ja, noch eine Reihe mit Fallen unten mehr. Und dann wäre das auch nicht passiert. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Kann man vielleicht überlegen, ob man da vielleicht nicht sogar... ...keine Ahnung, so richtige Fallen irgendwas noch hinmacht. Hm. Je nachdem, was deine Elektronik halt sagt. Ich kann auch einen Generator hinbauen, das ist nicht das Problem. Motoren haben wir noch drei, glaube ich. Hm. Aber hier hinten lassen die halt wirklich komplett in Ruhe, ne? Gut, einmal sind sie hingerannt, weil ich hinten geschaut habe. Ja. Aber weil jetzt sind die halt auch nicht gekommen. Ne. Oh. Ja, krass. Mensch. Meiers, nee. Das mal nicht gut lief. Da guck ich hier an der Seite halt. Ja, okay. Aber was sind denn das? Das sind, äh... Vielleicht sechs, acht, acht Blöcke. Davon war noch die Hälfte Erde. Ja, 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 ja. Krass, ey. Ja gut, hier die eine Klingfalle haben so ein bisschen... ...angesäbelt. Ja gut, die nutzt es halt auch ab, ne? Ja, jo, das meine ich ja. Was meine ich ja? Hm, was denn? Na, ich wollte, äh... ...reparieren, aber ich hatte nicht mehr genug. ...Stahl einstecken. Ah, apropos, ich muss, ich muss, äh, mein... ...gewehr... Allein der Boden diesmal ist hier halt fast... ...fast unberührt. Ja. Ahnung, für sich, dafür, dass sie hier durch sind, haben sie noch nicht mal die dritte Falle kaputt gemacht. Ja. Ja, cool, aber du, äh, wir sind ein bisschen drüber. Ja, damit war aber zu rechnen heute, hm? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Also ich weiß noch nicht, was ich von diesen Türmchen hier halten soll, das sieht, also... Es klingt auch eher so, als würden die so Erbsen-Pfadronen schießen. Piu, piu. A badass Nachladesound, aber mehr haben sie auch nicht. Naja. Vielleicht sind sie auch noch voll cool und ich weiß es noch nicht. Hehe. Cool. Auf jeden Fall... ...müssen wir... ...Feierabend machen für heute, ja. Feierabend machen, ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dabei sein. Dankeschön. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Richtig. Richtig. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.